Musik Musik ist schon ein sehr zentrales Element in meinem Leben, im ganzen Umfeld. Ich heiße Mike Kneer und komme aus Ulm und bin Pianist. Also Ulm bedeutet für mich wirklich Heimat. Wenn man auch wirklich viel unterwegs ist und es auch total gerne tut, ich komme immer wieder gerne zurück. Tolle Cafés, das Bossa Nova, das ist einfach meine Lieblingsecke in Ulm. Musik hat einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben. Ja, es begleitet dich eigentlich durch den ganzen Tag. Musik Was denkst du, was wird sie erzählen? Der Grothirnflügel, den wir hier haben, ich würde mal sagen, geht in die Richtung, einfach so dezent, auch eher so ein bisschen weicher zu spielen. Also ich liebe das. Ich mag das nicht so die Schärfe an einem Klavier drin, sondern eher so ein weicheres Spielen. Das ist mit dem ganz, ganz toll möglich. Musik Unser Pfarrer hier, der Andreas Wiedemann, hat vor zwei, vor drei Jahren diesen Flügel ausfindig gemacht. Und für die Kirche wurde gesammelt und wurde das Klavier dann angeschafft und einfach tierisch Spaß auf dem Flügel zu spielen. Musik Die Liebe bleibt 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 Die Liebe bleibt